Ah, super saubere Nut und die Rückwand passt perfekt. Was ist denn das? Mann, oh Mann, das Problem kennen wir doch alle. Das Eckige muss ins Runde, das Runde muss ins Eckige, das funktioniert natürlich hier nicht. Wenn wir zum Beispiel hier für unsere Rückwand eine wunderbare Nut fräsen, dann ist sie am Ende logischerweise rund, weil Fräser halt rund sind, so wie Bohrer. Das heißt, das Ende der Fräsung wird immer rund sein und immer den Durchmesser der Fräsung haben. Das ist natürlich Käse, weil unsere Rückwand im Normalfall halt gerade ist, weil wir die gerade absägen und scharfe Kanten haben. Nun gibt es viele Wege, die wir Tischler alle schon seit Jahrtausenden kennen, um dieses Problem zu lösen. Aber Pots Blitz gibt da eine neue, hab ich bei TikTok gesehen. Wollen wir mal gucken, ob das die Lösung ist. Die einfachste, aber auch schwierigste Lösung wäre jetzt, dass wir uns einfach ein Stemmeisen nehmen und das hier ganz saubereckig nachstemmen. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, wird wahrscheinlich feststellen, dafür brauche ich einiges an Übung. Denn sobald ich hier einmal leicht schief ansetze und etwas schief stemme, wird unsere Rückwand später, wenn sie hier drinnen sitzt, also hier drüber, hier überall Luft haben. Es muss also wirklich zwei perfekte 90-Grad-Kanten haben, die genau in der Flucht von unserer Fräsung sind. Und da kommt dieser Helfer hier ins Spiel. Ein Corner Punch. Solche Dinger hier gehen auf Social Media gerade ziemlich durch die Decke. Man sieht sie immer wieder und es scheint ein toller Problemlöser zu sein. Deswegen habe ich mir auch mal einen bestellt und wie man sieht, ist er ziemlich kaputt angekommen. Aber das ist ja eigentlich völlig egal, wir wollen ihn ja benutzen. Und was wir sehen, wir haben hier zwei Kanten, wo wir das Ganze anlegen können. Und wenn wir dann hier hinten drauf hämmern, pow, dann kommt hier so eine Art, nennen wir das mal eckiger Chisel raus. Das Problem bei meinem Ding ist, das ist schon mal alles, aber nicht scharf. Ich weiß nicht, ob wir probieren sollten, das nachzuschärfen oder nicht. Wenn wir uns das hier grundsätzlich angucken, dann sehen wir schon ein Problem. Wir wollen ja eigentlich ein Problem lösen und nicht noch mehr Probleme haben. Deswegen habe ich einen anderen Pullover an, denn es ist zwei Tage später. Ich habe mir das Ding angeguckt, das kostet so 15,78 Euro oder so. Und für 21 Euro gibt es ein Markenprodukt von Trend, was direkt auf den ersten Blick, zumindest was das Stemmeisen hier drin angeht, deutlich besser aussieht. Und das Ding ist auch scharf. Deswegen habe ich das bestellt, damit wir nicht aufgrund von mangelnder Qualität schon von Anfang an scheitern, weil das hier ist nicht scharf. Wir probieren es natürlich trotzdem aus. Jetzt aber die Frage, du hast ja gesagt, du hast schon Probleme entdeckt. Welche denn? Hier nochmal das alte Messer. Das ist einfach nur ein stumpfes Stück Metall. Und hier das scharfe Messer. Das sieht schon aus wie etwas, was mal geschärft wurde. Das ist aber gar nicht das größte Problem. Was man bei beiden sieht, ist dieser Anlegefuß hier unten. Der ist ja auch irgendwie logisch. Das sind sozusagen die Kanten, die wir anlegen, damit wir dann wirklich ganz einfach, sieht man ja hier auch, wie das da rauskommt, 90 Grad nachstechen können. Das haben beide von diesen Vorrichtungen. Bei dem, nennen wir es mal, Markenprodukt, ist der Fußabdruck etwas kleiner als der andere. Aber der ist riesig. Und das bedeutet eins. Das Ganze heißt ja Corner Punch oder Corner Chisel. Und wir haben hier wirklich eine extrem fette Nut, wenn wir jetzt mal von der Rückwand ausgehen. Wir haben hier 18 Millimeter. Also das ist schon deutlich mehr, als man normalerweise irgendwie nehmen würde. Das Problem ist, durch diesen großen Fußabdruck passt das in 100 Jahren natürlich da nicht rein. Und auch das etwas kleinere Modell, das passt einfach nicht hier rein. Das heißt, für das Problem, was ich gerade habe, können wir das hier leider überhaupt gar nicht benutzen. Aber es gibt ja nicht nur Nuten im Material. Es gibt ja auch ein Falz. Also sozusagen eine Nut an der Kante, die sozusagen nach hinten keine Begrenzung hat. Theoretisch gesehen könnten wir unser Jiggity ja jetzt hier reinpacken. Das ist ja schon wieder ein Problem. Das gibt es doch nicht. Wofür ist das gedacht? Wenn wir unser Helferlein jetzt hier dran führen wollen, ich erinnere nochmal, die Idee soll ja sein, dass es uns die Arbeit erleichtert. Uff, dann kommen wir nicht sehr weit. Weil die andere Rundungskante verhindert, dass wir überhaupt in die Ecke kommen. Und auch andersrum kommen wir nicht so weit ran, wie wir wollen. Ich kann hier noch einen Teil von der Rundung sehen. Das heißt, wenn wir eine Anwendung haben, wo die Rundung sozusagen nicht nur an einer einzigen Stelle ist, dann funktioniert das Ganze überhaupt nicht, weil wir nicht weit genug reinkommen. Und das ist irgendwie... Oh, hier. Da. Vielleicht geht es mit dem Kleinen. Damit wir es nutzen können, muss jetzt zuerst diese äußere Ecke weg. Und im besten Fall... ...klappt das fast. Also, scharf ist das Ding auf jeden Fall schon mal. Das ist Nuss und wir konnten das ganz gut wegchisseln. Aber hier unten ist noch ein bisschen was. Das mache ich jetzt mal so weg. So, jetzt ist die Frage, vielleicht können wir uns jetzt immer weiter rantasten, bis wir irgendwann in der Rundung sind und dann die andere Seite machen können. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir jetzt überhaupt weiterkommen oder nicht. Nö. Wir haben nur eine Macke hier reingehauen. Das heißt, wir kommen nicht weiter hier in die Ecke. Vielleicht, wenn ich jetzt mit der Ecke schon mal anfange, dann haben wir hier auf jeden Fall schon was weg. Natürlich trotzdem mit dem Stemmeisen nacharbeiten. Vielleicht kommen wir jetzt weiter. Nein. Oder doch? Sind wir weiter? Ja, doch. Wir sind ein bisschen weiter gekommen. Und jetzt noch einmal hier. Wir sehen auf jeden Fall hier noch eine Rundung. Wir sind hier außen weit genug, aber hier nicht wirklich. Und wenn wir jetzt hier einen Winkel dran legen, dann kann man auf jeden Fall relativ schnell feststellen, also das hätte wahrscheinlich fast jeder mit einem Stemmeisen besser hinbekommen. Mal hier gucken. Es ist halbwegs winklig, aber diese Kante sieht natürlich fürchterlich aus. Das hier ist tatsächlich die einzige Anwendung, wo dieses Werkzeug halbwegs sinnvoll ist. Wenn wir eine Fräsung haben wie diese hier. Ich habe es jetzt nur aufgemalt. Das heißt, wir haben hier eine gerade Kante und nur hier in der Ecke, nur in einer Ecke eine Rundung. Hier hinten können wir auch eine Rundung haben. Aber wichtig ist, dass wir an einem Ende nur eine Rundung haben. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel hier reingefräst und dann nach da. Oder wir haben hier reingefräst und dann raus. Also so, wie wir das typischerweise machen würden, wenn wir zum Beispiel ein Türband einfräsen. Das steht im Prinzip bei dem teuren Ding sogar drauf. For squaring hinge and lock face plate. Hier steht allerdings einfach nur Eckmeißel. Das heißt, das deutsche Wort ist, finde ich, super irreführend, weil man denkt, ja geil, damit kann ich mehrere Sachen machen. Das ist zumindest das, was ich gedacht habe. Wir sehen aber auf dem Bild auch nochmal das, was ich gerade aufgezeichnet habe. Und man kann es eigentlich wirklich nur für diese Anwendung nutzen. Und das ist schade, weil die Idee eigentlich cool ist. Es gibt aber viel bessere Lösungen, um dieses Problem und vor allem auch das Problem, was wir eigentlich haben, zu lösen. Aber vorher habe ich noch eine Idee für das Ding. Meine Idee ist, vielleicht können wir dieses Werkzeug nutzen, bevor wir fräsen. Das heißt, wir haben unsere Fräsung angezeichnet. Ich weiß, das macht normalerweise keiner, aber ich versuche, einen positiven Grund zu finden, das Ding zu behalten. Das heißt, bevor wir fräsen, legen wir das hier sauber an, an unsere Linie, was schon gar nicht so einfach ist, weil man nicht gut gucken kann. Oh Gott, und es wackelt. Und dann smash ich da gleich oben drauf. Naja, fast. Und jetzt hätten wir zumindest schon mal eine saubere Kante. Das heißt, wenn wir jetzt fräsen, könnten wir da nachstemmen. Aber ich glaube, man hat gerade gesehen, das ist ziemlich wackelig. Und naja, es gibt bessere Lösungen. Die gucken wir uns jetzt an. Ich kann den Instagram-Hype verstehen. Ich war auch super aufgeregt. Leider ist es halt irgendwie ein Werkzeug, was aus meiner Sicht ein bisschen zu speziell ist. Ja, es kostet nur 20 Euro. Aber wenn man das wirklich nur für eine Sache nutzen kann, sind wir mal ehrlich, würde ich sagen, landet das in der Schublade. Und wenn wir das nächste Mal solche Bände einlassen, haben wir schon vergessen, dass wir das Ding überhaupt haben. Insofern leider irgendwie aus meiner Sicht nicht ganz so cool. Es gibt aber viel bessere Wege, das hier zu lösen, ohne dass wir ein Werkzeug brauchen, was so wenig kann. Wir können zum Beispiel das Ding hier kaufen, wenn wir denn unbedingt was kaufen wollen. Das ist auch ein Eckmeißel. Aber ein sinnvoller, nämlich ein Stemmeisen mit 90 Grad. Im Prinzip ist das genau das Gleiche. Ein Meißel oder ein Stemmeisen mit 90 Grad. Allerdings im Handbetrieb. Also wir können das Ding selber führen und anlegen, wie wir wollen. Wir brauchen dafür keine Referenzkanten. Und das Schöne ist, solche Stemmeisen gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier 10 mal 10. Das macht irgendwie Sinn, weil wir da in eine 10 Millimeter Nut sehr gut reinkommen und auch damit perfekte Ecken nachstechen können. Genau das gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir können dieses Stemmeisen natürlich ganz normal benutzen. Das heißt, wir können einfach hier an der Kante stemmen und erstmal das wegmachen, was uns eh schon nervt. Und wir können das ganz wunderbar auch hier in eine solche Ecke reinsetzen, an unsere Linie dran. Und können dafür sorgen, dass das, was wir ausstemmen, genau im 90 Grad Winkel ist. Und wir können es auch so benutzen. Und wir können natürlich rein theoretisch auch an beiden Seiten gleichzeitig stemmen. Das mache ich jetzt gleich nochmal als Vergleich. Wir stemmen jetzt hier einfach nochmal rein. Aber das ist viel vielseitiger als das. Wir stemmen jetzt hier einfach mal, nur um zu zeigen, dass das geht, so eine Ecke weg. Zack. Da ist unser wunderbares Ding. Hier ist die Ecke. Und wir könnten natürlich rein theoretisch damit auch V-förmig stemmen. So. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, funktioniert natürlich in unserer großen Nut vom Anfang. Auch hervorragend. Und damit haben wir sozusagen schon mal definitiv mehr Einsatzzwecke als hier. Ich hasse stemmen, Jonas. Okay. Für alle, die sagen, ich habe gar keine Lust, was wegzustemmen, weil mir das einfach zu nervig ist. Ich möchte diese Rundung nicht nachbearbeiten. Das ist doch super. Auch für euch gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir packen das erstmal so da rein. Und dann, für alle die, die eine andere Lösung brauchen, was wir machen können, ist, dass wir die Tiefe der Nut anzeichnen. Das können wir, wenn wir das so reinschieben können, ganz einfach so machen. Wir machen hier eine Linie. Und dann nehmen wir die Rückwand wieder raus. Als nächstes müssen wir festlegen, wie weit wir sozusagen was wegsägen müssen, damit unsere Rückwand in diesem Fall jetzt bündig mit der Kante ist. Wir können hier bei mir gucken. Meine Nut stoppt zwei Zentimeter vor dem Rand. Und ich weiß, dass ich einen Fräser mit dem Durchmesser von 18 Millimeter genutzt habe. Das heißt, ich kann mir jetzt sozusagen bei 29 Millimeter hier eine Markierung machen. Die machen wir gleich hier hoch. Und dann sägen wir das ab. Und dann sägen wir das ab. Ist das nicht super schön? Es gibt immer mehr als ein Weg, um ans Ziel zu kommen. Und es gibt auch immer mehrere Wege, die super gut sind. Ich muss sagen, dieses günstige Ding, das könnt ihr komplett vergessen. Das ist einfach nur scheiße. 15 Euro. Okidoki. Für ein bisschen viel mehr könnt ihr das hier kaufen. Das ist schon besser. Aber wie ich schon gesagt habe, man muss nicht alles kaufen, nur weil es irgendwie cool aussieht. Ja, man kann damit eine Art von Ecke ganz gut nacharbeiten. Aber das war es auch schon. Wenn ihr also mit Ecken nacharbeiten was machen wollt, dann kauft euch sowas. Oder lernt es einfach mit einem normalen Stemmeisen. Das geht auch super gut. Dafür braucht ihr sowas nicht kaufen. Und wie man sieht, auch mit der Säge geht es. Man kann wirklich immer eine Lösung finden. Und ich würde sagen, das braucht man nicht. Oder wie seht ihr das? Vielleicht seht ihr das anders. Schreibt gerne mit dem Hashtag Trend. Auch wenn ich die Marke irgendwie echt merkwürdig finde. Würdet ihr sowas kaufen? Ja oder nein? Oder findet ihr einen der anderen Wege, so wie ich, auch besser? Ich finde die anderen Wege deutlich besser. Und deswegen, jo, freue mich jetzt alles hier wieder auf. Denn ich habe euch gezeigt, wie es geht. Und das ist doch schön. Also, erstmal die Kappe drauf. Smasht gerne ein Abo rein. Schreibt mir auch gerne einen anderen Kommentar. Ich freue mich immer, die zu lesen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, pow, bis dahin. Tschüss. Du kommst immer zum Ende des Videos. Die Leute denken wahrscheinlich mittlerweile, das ist irgendwie so eine Art Witz. Aber da ist sie. Marke ist auch vom Start. Huch, was ist das? So, ich räum nicht auf. Ich gehe spielen. Pfff. Dü, 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 dü. Uah, uah.